So, Umzug läuft weiter an. Hier die ganzen Koffer, die werden jetzt mitgenommen. Noch mal voll gemacht bei uns zu Hause. Jetzt erfahre ich, dass für morgen der Truck, den ich mieten wollte mit Fahrer gar nicht mehr da ist. Heißt, ich muss eventuell alles in den Porsche Cayenne reinpacken. Teppiche sind super sauber, Stühle sind super sauber und jetzt gehen wir kurz raus und gucken uns mit meiner kleinen süßen Tochter die Fontäne an. Chillen schön hier und warten auf die Fontäne. Insgesamt ein stressiger Tag, der noch nicht vorbei ist. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber, ja, so ist das. Was ist los, mein Schatz? Sag Hallo zu YouTube. Die merkt immer, wenn sie gefilmt wird und dann ist sie ganz schüchtern und ganz leise und ganz brav. Da wird nicht geschrien, ne Schatz? Nichts wird da gemacht. Ja. Weißt du, große Augen, ne? Schön Wind draußen, ja? Wind und Hitze. Ja, die Fontäne glitzern schon mal schön, das mag sie immer. Und ja, irgendwann, gleich in fünf Minuten, sollten die da sein. Einfach nur verrückte, verrückte Aussicht, ja. 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 Was guckst du da? Wer fühl mich da, hm? Hm? Das ist interessant, ja? Hm? Das ist interessant. Ich weiss dir die Hand aus. Hm, hm. 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 Ja. Gleich kommt von denen, ne? Freust du dich jetzt schon? Ja. Ja, diese langen Tage. Aber am Ende lohnt sich das, wenn man sieht, was man da geschafft hat. Lange, lange Tage, wo man viel schafft. Aber trotzdem nach Hause kommt, die Kleine umarmt, ja? Oder die mich kratzt einfach. Und das ist das schönste Gefühl auf der Welt, ne, mein Schatz? Schön kuscheln, ne? Ja, regt dich schon auf. Zu viel stillstehen, ne? Gleich kommen die Fontäne. Warten wir auf die Fontäne noch, ja? Ja, gleich kommen die. Guck mal. Und die mag die Wohnung jetzt schon. Also, die liebt die Wohnung. Immer wenn sie reinkommt, dann freut sie sich, dann spielt sie, dann haut sie auf den Tisch oder sonst was. Ne, Schatzi? Aber jetzt bist du ganz leise. Schatzi? Was, 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 was will die, sag man die ganze Zeit hier von dir? Mit dieser Kamera. Die ganze Zeit filmt er dich. Ja? Ja? Ja, gleich kommen die Schatz. Gleich kommen die, ja. Vorfreude ist schon da. Ah. 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 Oder die lassen die Acht-Uhr-Session raus. Dann haben wir umsonst gewartet. Ha, ha, ha. Normalerweise alle 30 Minuten kommen die. Ja, jetzt ist fast 8. Da müssen die eigentlich schon kommen. Ne. Keine Fontäne, Schatzi. Die wollen einfach nicht. Aber gut. Dann gehen wir rein, dann spielst du in dein Spielebettchen. Und ich versuche mit dem Motto von Mama dein Bett heute nach Hause zu bringen, ja? Okay. Umsonst gewartet. Komm. Lass los. Weg ist das Baby. Okay. Keine Fontäne. Wie will sie lassen sie ab und zu einen aus? Oder kommen die jetzt? Ah. Ah. Da wird nichts ausgelassen. Die gucken jetzt aus dem Schlafzimmer, Fontäne. Wir gucken einfach aus dem Fenster. Ach, ist das geil. Schlafzimmer. Das war's. Einfach ein geiler View, Fontaine, Buschallarab, you can see from here, I don't know if it's in the camera, but Buschallarab sieht man da hinten, das ist so geil, die ganze Stadt sieht man jetzt. Bis zum nächsten Mal.